Wir sind nach wie vor handlungsfähig. Wir müssen nichts machen, weil Verletzte zurückkommen. Es ist ja abzusehen, dass David Raum Ende Dezember wieder spielfähig ist und im Januar voll dabei sein kann. Es ist ja klar, wie lange diese Verletzungen dauern. In der Regel drei Monate bis zur Spielfähigkeit bedeutet, ist im Januar, wenn wir anfangen zu trainieren, wieder mit dabei. Xaver Schlager ist nah am Mannschaftstraining, wird im Januar wieder mit dabei sein. Lukeba wird nach der Länderspielpause wieder mit dabei sein. Herr Trojda wird nach der Länderspielpause wieder mit dabei sein. Asan kommt jetzt zurück, ist schon wieder mit dabei, führen wir ran. Es ist ja absehbar, dass wir ab 1. Januar wieder auf fast alle Jungs zurückgreifen können. Das bedeutet, wir müssen nichts machen. Unser Kader ist nicht zu klein, sondern er ist groß genug, um die wirklich Fülle an Ausfällen, die wir haben, trotzdem auch morgen auffangen zu können. Wir werden eine gute Mannschaft am Feld haben, haben trotzdem noch zwei, drei, vier gute Wechseloptionen. Und du planst deinen Kader natürlich nicht mit den Gedanken, dass fünf Spieler auf deiner Achse wegbrechen, irgendwann mal im Oktober oder November. Also du denkst dann schon über drei Verletzte nach und vielleicht mal noch einen angeschlagenen. Und dementsprechend sind wir nach wie vor gut aufgestellt. Die Jungs kommen zurück und die Kaderplanung war absolut in Ordnung. Und okay, wir sind nach wie vor, jetzt brennt mir ja was, anders als unsere Bundesregierung, handlungsfähig. Wenn man jetzt mal alles mehr quiltet hat, benötigt, haben wir ihn ja bereits zuerst. Und unsere leibe und Sie sind. Da strafft uns Naplin mit den Kaderplanungen, dabei alles wieder einsetzen und Herrerschpaar, auf der dem Kaderkader zu Friedensdish spoonfulvog條 chroniclerит 등en. Vielen Dank.